Die Weinbergschnecke Helix Pomatia ist hier von oben zu sehen. Das Gehäuse ist erkennbar. Dreht man das Tier, kann die Atemöffnung und der Mantelrand gesehen werden. Mit den Fingern wird das Tier am muskulösen Fuß angefasst und aus seinem Gehäuse sorgfältig und langsam herausgezogen. Mit der Sonde können Sie durch die Atemöffnung in die Lunge gehen. Neben der Lunge liegt das Herz. Dieses ist zweigeteilt und besteht aus Vorkammer und Hauptkammer. Die hellgelbe Struktur ist die Niere. Die letzte Windung beinhaltet die Zwitterdrüse. Bereits jetzt lässt sich auch der gewundene Zwittergang und die Eiweißdrüse erkennen. Die Schere wird an der Atemöffnung eingeführt und durchschneidet zunächst den Mantelrand. Anschließend geht der Schnitt am Lungenepithel entlang, weiter am Mantelrand und endet an der Nierenspitze. Durch den Schnitt in die Lunge fällt diese durch den Druckverlust in sich zusammen. Um an der Niere entlang schneiden zu können, müssen Sie die vom Herzen kommende Aorta durchtrennen. Anschließend nutzen Sie zwei Pinzetten anstatt der Schere, da die Haut hier so dünn ist, dass sie leicht gerissen werden kann. So werden beim Öffnen der Haut die darunterliegenden Organe nicht verletzt. Als weitere Schnittorientierung nehmen Sie die helle Linie, die die Windung entlangläuft. Ab jetzt arbeiten Sie mit Wasser. Dies lässt die Organe aufschwemmen und erleichtert die weiteren Schritte. Bis zum nächsten Mal. Stecken Sie mit einer Präpariernadel den muskulösen Fuß in der Wachsschale fest, um das Tier zu fixieren. Die Lunge ist nun bis auf eine kleine Befestigung gut aufklappbar. Das Lungenepithel kann gut erkannt werden. Dies ist die Lungenvene, die sauerstoffreiches Blut zum Herzen transportiert. Um den Eingeweidesack zu öffnen, setzen Sie den Schnitt mittig aus Richtung des Mantelrandes an. Arbeiten Sie zusätzlich mit einer Pinzette. Ihr Ziel soll es nun sein, die inneren Organe aus dem Eingeweidesack alle freizulegen, um sie anschließend aufspannen zu können. Hier sichtbar ist der rötliche Magen mit den weißen obenaufliegenden Speicheldrüsen. Im weiteren Präparationsverlauf gilt es, durch vorsichtiges Zupfen und Schneiden die Organe aus der Windung des Eingeweidesacks zu befreien. Wichtig ist dabei, dass die Verbindungsstellen der Organsysteme erhalten bleiben. Am einfachsten ist es, mit dem Magen-Darm-System zu beginnen. Die braune größere Struktur ist die Mitteldarmdrüse. Versuchen Sie bei der Präparation, die Organe nicht zu verletzen. Die zuvor eingeschnittene Haut wird, soweit möglich, abgelöst und kurz vor den letzten Windungen mit der Schere abgeschnitten. Hier kommt es häufig zu Verletzungen der sich dort befindenden Organe, wenn Sie weiter versuchen, die Haut abzulösen. Die Organe in den letzten Windungen lassen sich ebenfalls gut erkennen. Versuchen Sie anschließend, die Zwitterdrüse nach vorne zu bekommen, indem Sie vorsichtig ziehen. Die Geschlechtsorgane legen Sie rechts zur Seite und fixieren diese leicht. Sobald diese aus dem Eingeweidesack gelöst sind, können Sie den Darm frei präparieren und diesen ebenfalls mit einer Nadel fixieren. Das Verdauungssystem beginnt mit der Mundöffnung. Von innen sieht man den dunklen, schetinösen Kiefer. Ihm angelagert ist die Radula. Diese übernimmt die Aufgabe eines Unterkiefers. Um diese beiden Strukturen freizulegen, machen Sie einen Schnitt hinter dem Nervenring, der groß genug ist, um den festen Kiefer anschließend mit Zeigefinger und Daumen vorsichtig herauszudrücken. Der Oberkiefer ist dunkelrot, die Radula gelblich. Betrachten Sie diese Feinstrukturen näher unter der Stereolupe. Dort werden Sie erkennen, weshalb diese Zunge raskeln kann. Die Nahrung wird nach der Aufnahme und erster mechanischer Zerkleinerung durch den Kiefer in den Kopf geleitet. Dies ist der erste Teil des Magens. Darauf folgt der eigentliche Magen mit Speicheldrüsen, welche in den Kopf innervieren. Der Magenausgang mündet in den Mitteldarm. Die große bräunliche Mitteldarmdrüse mündet in den Enddarm. Dieser wiederum mündet in den Ausscheidungsgang, welcher neben der Atemöffnung liegt. Von der Niere, die aus einem drösigen und einem nicht drösigen Teil besteht, geht ein Harnleiter ab, der neben dem Enddarm ebenfalls zum Ausscheidungsausgang führt. Die zwei Füller sind recht weit vorn, kranial angesetzt und gelb gefärbt. Posterior davon befindet sich das Cerebralganglion. Dieses ist weißlich. Beim Kopulationsspiel zweier Schnecken liegen ihre Körper dann dicht an dicht. Vermutlich zur sexuellen Stimulation des anderen wird ein sogenannter Liebespfeil in den Fuß des Sexualpartners gestoßen. Dieser besteht aus Kalk und wird im Liebespfeilsack gebildet. Nicht bei jeder Kopulation kann ein solcher Liebespfeil verwendet werden, wenn dieser kurz zuvor bereits zum Einsatz kam. Die Neusynthetisierung benötigt einige Zeit. Fingerförmige Drüsen, die am Liebespfeilsack hängen, produzieren ein Hormon, welches die Verdauung von frischen Spermien verhindert. Die Spermien werden in der Zwitterdrüse gebildet und gelangen über den Zwitterkanal oder Gang in den Eisamenleiter. Zuvor werden sie von der Eiweißdrüse mit Nährstoffen versorgt. Die Samenflüssigkeit gelangt anschließend entlang des Eisamenleiters in den abgehenden Samenleiter, der in das Flagellum mündet. Dieses erzeugt aus den Samen eine Spermatophore, welche mit Hilfe des Penis in die Vagina des Partners übertragen wird. Wenn die Fremdspermatophore im Tier angelangt ist, wird sie über die Vagina durch den Ductus Receptaculi in das Receptaculum seminis befördert. Dort werden schon einige Samen verdaut, da nicht alle hier Platz finden. Sobald es im Jahresverlauf dazu kommt, dass die Eier abgelegt werden, produziert die Zwitterdrüse Eizellen. Diese gelangen wieder über den Zwittergang in die Eiweißdrüse, werden dort mit Nährstoffen versorgt und verbleiben anschließend im Eisamenleiter. Fremdsamen gelangen dann aus dem Receptaculum seminis über den Ductus Receptaculi und durch den Eileiter nach oben in den Eisamenleiter. Dort verschmelzen die Spermien mit den Eizellen. Es kommt zur Befruchtung. Die Eier gelangen schließlich zurück in die Vagina und so nach draußen, wo sie in ein Gelege gepackt werden. Die Eier gelangen schließlich zurück in die Vagina und so nach oben in die Vagina und so nach oben in die Vagina und so nach oben in die Vagina. Die Eier gelangen schließlich zurück in die Vagina und so nach oben in die Vagina und so nach oben in die Vagina.